Herzlich Willkommen auf Revitec. Der EW2480 ist ein echter Hingucker. Mit seinem ultraschmalen Rahmen wirkt er fast randlos und bietet so ein einzigartiges Erlebnis für Filmliebhaber. Banks unschlagbare Hadri-Technologie sorgt für atemberaubende Bilder und lässt selbst bereits gesehene Filme nochmal interessant wirken. Die Helligkeitsintelligenz-Plus-Technologie erkennt die Lichtverhältnisse der Umgebung und passt die Helligkeit des Bildschirms entsprechend an. Inhalte wirken so angenehmer und schonen die Augen. Der E-Paper Mode bietet einen angenehmen Schwarz-Weiß-Kontrast für klare Texte. Auf diese Weise ist ein entspanntes Lesen möglich, ohne die Augen zu überanstrengen. Der EW2480 verfügt über drei HDMI-Anschlüsse. So kann ohne langes Umstecken schnell zwischen den verschiedenen Medien gewechselt werden. Durch die 24p, 24 Bilder pro Sekunde, bekommen Inhalte einen Kinoreifen-Look und lassen einen spürbar in die Welt der Filme und Serien eintauchen. Durch Augenerinnerung werden dem Nutzer regelmäßig Pausen empfohlen. Möglich ist dies durch Infrarot-Sensoren, die erkennen, wie lange der Nutzer bereits vor dem Bildschirm sitzt. Der industrieführende 2,5W-Lautsprecher sorgt für einen hochqualitativen Klang und trägt so zum Multimedia-Erlebnis bei. Die drei Klang-Modi bieten für diverse Inhalte die optimalen Einstellungen. Falls dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.